Es ist ein Fall von solcher Schwere, den die Vereinten Nationen Ihnen jetzt unterbreiten. Ich rufe nunmehr die Angeklagten auf, sich zu erklären, ob sie sich im Sinne der Anklage als schuldig oder nicht schuldig bekennen. Ich befehle ich der Ausschuss bis zum 1. Dezember 1943 und schätze, dass mindestens 2.500.000 Opfer hingerichtet und ausgerottet wurden durch Vergasung und Verbrennen.